Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Gesprächsrunde zum Thema Hochsensibilität. Mein Name ist Jutta Böttcher, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin des Kompetenzzentrums für Hochsensibilität Aurum Cordes in Buxtehude. Und ich freue mich heute sehr, hier in Siedelsbrunn in der Systelios Klinik für psychosomatische Gesundheitsentwicklung zu sein und gemeinsam dieses Gespräch zu gestalten. Ich begrüße ganz herzlich Mechthild Reinhardt und Dr. Gunther Schmidt. Dr. Schmidt ist der ärztliche Direktor, beide zusammen sind Geschäftsführer dieser wundervollen Einrichtung. Und zu meiner Linken begrüße ich meine Mitstreiterin und Mitautorin des Fachbuches Hochsensibilität, Mechthild Rexnaryuch, die als Heilpraktikerin und Buchautorin sich tief mit dem Thema Hochsensibilität befasst hat und wir jetzt gemeinsam diesen Themenbereich erörtern wollen. Ich möchte gerne die erste Frage weitergeben an dich, Mechthild. Und zwar würde mich interessieren, worin du ein gutes Ziel, ein gutes Wofür der Zusammenarbeit zwischen eurer Einrichtung hier, der Systelios Klinik und Aurum Cordes als Kompetenzzentrum für Hochsensibilität sehen würdest. Also ich würde es so beschreiben wollen, wir sind ja schon eine ganze Weile zusammen unterwegs und wir sind immer wieder total fasziniert, was ihr im ambulanten Bereich eigentlich, was sich jetzt auch in dem Buch zeigt, schon für Forschungsergebnisse habt und wirklich im Tun miteinander einfach diesen ganzen Bereich Hochsensibilität so sensibel wie nur was eigentlich bespielt. Und die Zusammenarbeit mit dem stationären Setting, das ist für uns jetzt eigentlich genau dieser, der Versuch immer weiter so eine Kooperation zu entwickeln, dass man merkt, dass das, was ihr dort sehr fein entwickelt, auch immer mehr hier für uns auch sozusagen zugänglich zu machen. Aus unserer Sicht bieten wir schon sehr solche Zwischenräume an, auf die gerade hochsensitive, sensible Wesen scheinbar besonders angewiesen sind. Vielleicht kann ich dieses Wort des Zwischenraums gleich aufnehmen, weil das ist so von meiner Sicht auch das Faszinierende gewesen, was mich immer zu euch hingezogen hat, was sozusagen auch diese Nähe über Jahre hat wachsen lassen, war die Faszination und auch die Bedeutung, die dieser Zwischenraum in eurer Arbeit hat. Und das teilen wir ja, weil wir einfach merken, dieser Zwischenraum, der hochsensiblen Menschen die Möglichkeit gibt, anders auf sich zu schauen, in die Selbstbestimmung zu gehen, Souveränität über sich zu entwickeln. Das ist so etwas, was uns ganz doll am Herzen liegt. Und vielleicht darf ich die Frage gleich an dich weitergeben. Ja, wir arbeiten ja hier auch ganz stark auf der Basis unserer ganzen tiefen psychologischen Grundausrichtung mit dem sogenannten hypnosystemischen Ansatz. Das ist ein systemisch orientierter, kompetenzorientierter Ansatz. Und das ist dieser Begriff des Zwischenraums natürlich ausgesprochen wichtig, weil wir immer davon ausgehen, Menschen entfalten ihre erfüllenden Lebenserfahrungen, ihre Sinnerfüllung und auch ihre Kompetenzentwicklung nicht nur aus sich heraus, sondern immer auch in der Begegnung, in der Art, wie die Situation, wie die Begegnungsgestaltung ist und so weiter. Und insofern ist gerade für Menschen, die man als hochsensibel bezeichnen könnten, eine kompetenzorientierte Zugangsweise außerordentlich wichtig, damit sich überhaupt ihre Kraft gut entfalten kann und ihre persönliche Würde sich gut entfalten kann. Was für uns in unserer Arbeit ausgesprochen wichtig ist, Menschen in ihrer Einzigartigkeit in einer Begegnung so zu unterstützen, dass sie wieder mit viel Selbstachtung die Kraft und die Kompetenz, das Wertvolle, in ihrer einzigartigen Wesensart wieder spüren können und dann auch wieder in die Begegnungen einbringen können. Und da haben wir halt die Erfahrung hier, dass gerade Menschen, die als hochsensibel sich erleben, das oft gar nicht unbedingt als Stärke zunächst wahrgenommen haben, sondern eher vielleicht sogar sich selbst in Frage gestellt haben, was für uns eine ganz entscheidende Aufgabe dann ist, wieder ihn verstehbar zu machen, dass sie eigentlich eine enorme Kompetenz haben, mehr Komplexität zu verarbeiten, oft als viele andere Menschen, aber das jetzt zu einer, sie mehr achtenden, würdigenden Stärke zu machen. Und dafür braucht man eben diese Begegnungs- und Zwischenräume, die wir versuchen, mit den Leuten zu gestalten, was ich glaube, durch die vielen Rückmeldungen auch, die wir haben, auch sehr gut gelingt. Ich würde da gleich gerne nochmal auch weitergeben an dich, Mächtel. Ich finde das total spannend. Was mich gerade berührt, ist dieses Wort der Würde und der Achtung. Also das, was wir ganz oft erleben in der Begleitung ist, und was wir auch gemeinsam im Buch beschrieben haben, ist dieses Aufgespanntsein der hochsensiblen Menschen zwischen diesem einen Pol ihrer Neigung zu Dauerstressbelastung und den damit verbundenen möglichen Symptomen, die sie auch immer wieder in eine Situation von Bedürftigkeit bringen, in der sie dann auch oft an sich zweifeln, sagen so, ich kann diesen Maßstäben dieser Gesellschaft nichts entgegensetzen, ich bin scheinbar nutzlos in dieser Gesellschaft und gleichzeitig ja über ihre vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit, über einen Kompetenzpool und auch eine Erfahrung von Verbundenheit verfügen, die sie als eine ganz große Ressource nutzen können und dafür eben diesen Zwischenraum brauchen. Und das war sowas, was wir auch sehr geteilt haben und vielleicht auch etwas, was du bei deinen Patienten wahrnimmst, weil gerade in dieser Not, ich kann nicht weiter, bei Menschen landen, die sagen, die gucken anders auf mich, die gucken auch anders auf meine Erkrankungen, auf meine Symptomatik und helfen mir, mit der Symptomatik zu wachsen. Und ich glaube, das zeichnet dich ja auch gerade aus. Ja, ich denke, es ist eigentlich auch ein Zeitthema. Es geht über das Thema Hochsensibilität weit hinaus, dass wir in der Medizin, in der Arbeit mit Menschen, in der Psychotherapie einen Ansatz brauchen, wo wir als Gegenüber greifbar sind, als persönliches Gegenüber, nicht dieses streng neutrale, ich bin nicht sichtbar für dich. Und das ist jetzt ein bisschen lustig, aber ich kann das nicht weglassen. Das eine ist, dass ich glaube, dass alles das, was ich untersucht habe in Form von Literaturstudien, den Hinweis gibt, dass es eine ursprüngliche, natürliche Form des Heilens in Form von gemeinsamen Zusammensein durch Berührung im Sinne einer bestmöglichen Korregulation gibt, dass das eigentlich die natürliche Version ist, wie wir angelegt sind. Also provokant würde ich sagen, Krankheit ist eigentlich von der Natur gar nicht vorgesehen, weil sie so viele Kaskaden zur Korrektur anbietet. Und gleichzeitig erschließt sich damit für mich eine Form von heiligem Zwischenraum. Und mich berührt es immer wieder, wenn ich wissenschaftliche Vorträge halte mit Physik und Chemie und zellulären Strukturen und ich dann plötzlich so einen Begriff wie heilig unterbringe im Sinne von heile sein. Und diese Sehnsucht haben wir und ich glaube, das ist einfach jetzt auch so ein Zeitrahmen, wo wir lernen müssen, was macht mich so heile, dass ich wirken kann. Denn wenn ich ohne Wirkung bin, dann bin ich nur noch in der Wirkung. Dann bin ich nicht mehr ursächlich. Vielleicht gerade dazu, das finde ich interessant, weil du auch von Patienten gesprochen hast oder sowas oder von Stress, von den Stresssachen. Also meine Einschätzung ist auch in der Begegnung, wenn wir, ich würde das gar nicht Patienten nennen, sondern Kooperationspartner, sowas, dass Stress dann entsteht, nicht eigentlich, weil es von vornherein zum Stress kommen müsste, zu einem Dysstress sogar, sondern durch die Bewertung der eigenen Prozesse, die sich möglicherweise unterscheiden von den Prozessen von anderen oder jedenfalls nicht den vorgegebenen Durchschnittsnormen entsprechen, dass Leute dann in eine Selbstbewertung, in eine Selbstabwertung kommen und dadurch eigentlich erst der Stress kommt. Und eine entscheidende Sache eben dann wieder ist, die Leute zu ermutigen und ihnen auch wieder verstehbar, spürbar zu machen. Das ist auch ein körperlicher Aspekt ganz stark. Ich sage, hey, ich habe eine einzigartige Art, in der Welt zu sein und das ist eine wertvolle Bereicherung für die Welt. Also gerade, wenn man an die ganze Entwicklung denkt, was Umwelt und so weiter angeht, da könnte man genauso gut sagen, und das ist eigentlich meine Position auch, dass, wenn überhaupt von Patienten geredet wird, dass die Normen, die normale Durchschnittsideologie, dass die als Patient bezeichnet werden könnte, weil die schon Anästhesierung, diesen Wechselwirkungen in der Umwelt, zu der wir mitverantwortlich beitragen, gegenüber ist und dass gerade Menschen mit hochsensiblen Kompetenzen da praktisch eine riesige Chance für die Weiterentwicklung unserer Welt, wenn das endlich als Kompetenz und Kraft gewürdigt und genutzt wird, so beitragen könnten. Und da ist halt der Versuch, dass wir das auch so unterstützen, ermutigen. Und das geht auch in diese Richtung. Und ich würde, darf ich ganz kurz bevor, ich würde gerne nochmal auf dieses Stressthema einsteigen. Luther, du hast das so schön gesagt, die haben die Neigung dahin, ich stimme damit überhaupt nicht überein, die Neigung dahin entsteht eigentlich als Ausdruck der gestörten Form, also als Ausdruck, ich bin in meinem Sein und werde gestört worden oder habe mich stören lassen. Und eigentlich ist Stress etwas, was wir auch in der Fachwelt meiner Meinung nach komplett falsch interpretieren, weil der größte Teil der Stressforschung eben an schon kranken Menschen gemacht wurde. Das heißt, wir können nur das kranke Prinzip von Stress erkennen. Wir schauen aber kaum auf, wofür ist das eigentlich da? Warum macht unser Körper etwas in dieser Art, um uns eben leistungsfähig zu machen, um uns eben die Sinne erhöht zur Verfügung zu stellen in ihrer Wahrnehmung, damit ich eben merken kann, ist Gefahr im Verzug oder nicht. Und da wäre es für mich halt spannend, ich weiß nicht, wie ihr das seht, eigentlich braucht man Maßstab dafür, wie wir überhaupt in die Welt hineinschauen und wie die uns in unserer eigenen inneren Welt entgegenkommt. Und ich habe das immer ganz gerne, wir haben da auch ja schon öfters drüber geredet, und das klingt erstmal ein bisschen verrückt, aber als ob wir wie in zwei Bezugssystemen sozusagen wie aufgespannt wären. Ich nenne das manchmal das Bezugssystem des Paradieses, immer in Anführungsstriche, also wo noch tief in uns verankert wäre, was heil wäre, was in Ordnung sei. Und etwas, ein Bezugssystem der Welt, was wir uns in den letzten Jahrhunderten, spätestens seit der Aufklärung immer deutlicher in so einen verdinglichten Raum hineingeworben haben, wo wir auch mit Diagnosen so umgehen, als wenn es so wäre, als ob es so ist. Das ist auch eine Reduktion. Genau, und wenn man dann jetzt sagt, wir wären aufgespannte Wesen, finde ich das so schön, dass die hochsensiblen Wesen, wenn man es jetzt mal so beschreiben täte, eigentlich wie Anwälte sind, mehr aus diesem Bezugssystem des Paradieses in die Welt zu schauen, mehr zu spüren, so könnte Welt sein. Und ich glaube, wenn ich da so ein... Wäre das sowas? Absolut, absolut. Weil, also das waren, wir arbeiten jetzt zehn Jahre für und mit hochsensible Menschen. Und das ist ja zehn Jahre lernen, zehn Jahre beobachten. Was bringen diese Menschen eigentlich mit zehn Jahren miteinander entwickeln, von was könnte eigentlich gut sein? Und auch in so einem Projekt eigentlich als Beobachter vor dem eigenen Projekt zu stehen und immer zu gucken, was kommt mir denn da entgegen? Ach, jetzt habe ich ein Stück verstanden. Und gleichzeitig mit drin zu sein. Und immer gleichzeitig mit drin zu sein. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist entscheidend. Und ich muss auch gestehen, wenn ich das in Seminaren aufmale, also wirklich so wie so eine Tabelle, das gibt so ein... Ja, genau. Also welchem Bezugssystem diene ich und welchem Bezugssystem gehöre ich eigentlich an? Und dazwischen gibt es eine Diskrepanz, einen Zwischenraum. Und der ist dann aber ein Konfliktraum. Ja, da würde ich aber sagen, es ist ein Konfliktraum, ich würde eher sagen, ein Herausforderungsraum. In dem Sinne, dass gerade auch, wenn wir über Symptome reden, in diesem Denken, wie wir arbeiten, ist das eigentlich immer ein Zeichen einer Kompetenz. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig für so die übliche Art, wenn jemand ein Symptom erleidet, als ob ein... Wir arbeiten sehr stark auch mit der Kompetenz der intuitiven Rückmeldungen, was man heute somatische Marker so nennt, in der Hirnforschung und so weiter. Und damit wird dann deutlich, wenn wir das übersetzen, Symptome drücken eigentlich ein kluges, intuitives Wissen darüber aus, dass für die einzigartige Selbstorganisation, für dieses Miteinander in eine optimale Wechselwirkung zwischen sich selber und der Außenwelt zu kommen, da im Moment ein Mangel ist. Aber insofern eigentlich eine wertvolle Rückmeldekompetenz. Mir fehlt was, damit ich wieder mit meiner optimalen Selbstorganisation einen wunderbaren Beitrag in erfüllender Weise machen kann. Dann müssen wir die Symptome natürlich übersetzen als wertvolle Botschafter von Bedürfnissen, könnte man sagen. Und dann entsteht so etwas wie, so höre ich euch auch beide, auch jetzt so, und auch das, was du gesagt hast, Schmechtelt, dass eine Art Steuerposition, wenn man so will, eine beobachtende zusätzliche Metaposition kommt, aus der heraus ich genau diese Zwischenräume so regeln kann, dass sie zu einer Art bereichernden Möglichkeit wird und nicht nur zu einem Konflikt. Aber dafür braucht man diese Steuerposition, damit man diese Abgleiche immer machen kann, weil da kommt es immer zu Irritationen und dann kann ich das auch wieder steuern. Und da wollen wir die Leute stärken drin. An der Stelle eben auch meine, also ich bin jetzt 34 Jahre in der Arbeit mit Menschen unterwegs und was ich merke ist einfach, wenn du denen sagst, in dir ist so viel Gesundheit, lass uns doch mal da hinschauen, können wir das erstarken lassen. Und dann diese Sprache, was spricht zu dir und wie spricht es? Und wenn man es aus der Physik betrachtet, dann ist der menschliche Körper eben ein offenes biologisches System. Und offene biologische Systeme haben ganz typische Merkmale. Dazu gehört die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Und das tun sie, egal was wir ihnen sagen, die tun das ständig, definitiv. Das zweite ist, sie haben ein Gedächtnis. Und das dritte ist, sie sind dynamisch und ohne Dynamik funktioniert halt überhaupt nichts. Und sie sind vor allem, und das war unser Träger ja auch immer, Mächtel. Ich muss zwischendurch immer mal Mächtel sagen, ich habe so selten Leute mit meinem Namen vor mir. Dass das nicht linear ist. Das heißt, es ist grundsätzlich nicht vorhersehbar. Ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ich habe eine gewisse Häufung. Aber was es dann ist, dazu brauche ich immer die Rückmeldung, wie war es denn? Und würdest du dann zum Beispiel sagen, also das ist immer das, woran ich es gerne ausdrücke, dass diese hochsensiblen Wesen eigentlich Wesen sind, die so, wir nennen es auch gerne systemisch, unterwegs sind, dass sie alle Verknüpfung und Vernetzung auf einmal mit spüren, in ihrem eigenen Leib sozusagen, in ihrer Verkörperung. Und immer wieder so, das ist einfach eine Frage, die Prozesse, die wir kennen, wo man so fast so ein bisschen zusammengedrückt wird, also wo der Zwischenraum dann eher tatsächlich Konflikt erlebt wird, weil irgendwas zusammengepresst wird und damit halt nicht dynamisch wird, linear. Und diese Reduktion ist dann unerträglich. Genau, für die unerträglich wird und dass die förmlich, nach Lechzen Räume zu entwickeln, ich nenne die immer gerne 3D-Räume, wo man wirklich Räumlichkeit erlebt, wo man spürt, der Zwischenraum wird als heiliger Zwischenraum gespürt und erlebt. Ja, und ich würde da gerne nochmal drauf eingehen. Darf ich eben? Ja. Genau. Das, was wir erleben, ist ja im Prinzip, das, was du jetzt eben schon gesagt hast, wenn es, ich kann es kaum drücken, wenn es so richtig flach wird. Genau, genau so flach. Und man merkt schon, da muss man Druck ausüben, so damit es so flach wird, das ist genau der Druck, dem diese Menschen ausgesetzt sind. Und du hast eben was Wichtiges angesprochen, du sagtest das eben auch, das ist unerträglich. Im Erleben von... Im Erleben dieser Menschen ist das unerträglich. Und dann kommt es zu solchen Sachen durchaus auch, da wird ein gut bezahlter Job gekündigt, weil es einfach nicht mehr geht. Und zwar mit gar nichts. Und die Umwelt steht da vor und sagt, was machst du um Gottes Willen? Du hast hier doch alles. Und derjenige sagt, nein, ich habe nichts. Ich bin nach den Maßstäben dieser Welt gut bezahlt. Ich habe Sicherheit nach den Maßstäben dieser Welt, aber in mir habe ich nichts. Und erkrankt dann und braucht dann eben auch Schutzräume, für die ich euren Raum hier einfach so wertvoll finde, um da wieder hingucken zu können, diese Dynamik wieder entwickeln zu können. Und sagen, doch, ich habe was. Und so um da, der Erfahrung, die wir machen bei der Geschichte ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Menschen sind aber darin getriggert von einer unstillbaren Sehnsucht. Es sind zutiefst sehnsüchtige Menschen, die mir begegnen, suchende Menschen, die mir darin begegnen, sagen, wie ist diese Dynamik? Wie kann ich in dieser Welt sein, in der Ahnung, dass ich mit meinen Fähigkeiten die Möglichkeit habe, einen über mich selbst hinausweisenden Beitrag zu irgendetwas zu leisten, was ich als sinnvoll erachte? Darum erleben wir, dass die Integration dieser verbundenen Wahrnehmung, die sie ja auch haben, also die haben ja nicht nur die Trennungswahrnehmung, sondern die haben ja mit ihren tiefen Wahrnehmungsfähigkeiten die Chance, eine tiefe Verbundenheit in spiritueller Hinsicht, mit der Natur oder wie auch immer als wesentlichste Ressource zu sich zu entwickeln und stehen dann dazwischen. Also wissen, wie es sich anfühlen müsste, mit einem klaren Körpergefühl dazu, mit einem klaren emotionalen Gefühl dazu, mit einer klaren geistigen Haltung dazu. Und das ist die Chance, die man nutzen kann und gleichzeitig diesem Trennungserleben. Da würde ich aber gerne noch den Aspekt der Ambivalenz reinbringen, weil wenn dieser Druck, den ihr jetzt schön ausgedrückt habt, wenn man den mal nimmt, wo kommt der eigentlich her? Erlebt wird es oft so, als ob er von außen kommt, aber eigentlich in unserem Verständnis von innen heraus gemacht, aber nicht als Inkompetenz oder Blödheit, sondern aus einer tiefen Sehnsucht der Verbundenheit heraus und man könnte das dann als Anpassungsleistung, die aber einen furchtbar hohen Preis dann hat, nehmen. Aber darin liegt dann auch eine gewisse Ambivalenz. Und deswegen hier versuchen wir immer, den Leuten auch wieder Mut zu machen, aber auch mit Achtung für ihre Ambivalenz, dass sie sich jetzt wieder diese Entfaltung, die ganze Vernetzung, die ihr so schön beschrieben habt eben, die könnte einen ja auch überfluten. Deswegen braucht man doch ein Ordnungsprinzip dazu. Und das heißt eben eine Art steuernde, wie ich es vorhin so meinte, beobachtende steuernde Position, die auch zwischen Innen- und Außenwelt vermittelt. Es gibt aber halt auch oft eine Seite in den Menschen, die aus dieser verzweifelnden Sehnsucht nach der Verbundenheit mit Außen sich die eigene einzigartige Vielfältigkeit nicht mehr erlaubt hat, sondern sich den Raum verengt hat, aber eben um der Verbundenheit willen. Und jetzt wäre eben wichtig, und das ist das, was wir immer versuchen und die Leute, da kann man richtig sehen, manchmal ist es auch ein wunderschöner, auch berührender Aspekt, wenn man dann sieht, wie Menschen wieder sich entfalten können und wachsen können, wenn sie merken, hey, ja, ich kann meine Art Leben hier und keine andere Form der bereichernden Verbundenheit bringen, die aber nicht mehr den Preis haben, dass ich mich entwerden muss oder in eine Schablone pressen muss. Dafür braucht man aber doch einen Raum, wo die Leute mit ihren Ambivalenzen durchaus, also auch mit der Angst vor der eigenen Entfaltungsmöglichkeit, würdigend umgehen können. Und das versuchen wir halt auch hier zu bieten. Also dieses Stichwort Angst vor der eigenen Entfaltung, ich denke, da sind wir auch wieder beim grundsätzlich menschlichen Prinzip. Nach meinem Verständnis ist es so, krank wirst du nur, wenn du nicht im Kontakt bist. Egal in welche Richtung, also Kontaktunterbrechung macht krank, immer. Und die Regulation braucht ein Außen und ein Innen, das miteinander spricht. Und du hattest ja dieses schöne Modell. Und für mich ist es einfach so, wenn wir in Form von Resilienz denken, dann denken wir ja in Dingen, die irgendwie Bedingungen haben, die unter bestimmten Bedingungen nicht so gut sind wie unter anderem. Und dagegen spricht das Leben, dagegen spricht die Erfahrung, weil ganz viele Menschen sich an diese Regeln nicht halten. Die sind trotzdem gut. Die können trotzdem eine ungeheure Kraft aus sich selbst heraus entwickeln. Und ich würde gerne das Stichwort Antifragilität hier installieren. Denn antifragiles Wachstum bedeutet ja unterm Strich, dass wir aus den chaotischen Impulsen, auch aus den Phasen ohne Kontakt lernen. Und dass wir besser werden. Und wir können es nicht verhindern, besser zu werden. Und das erlebe ich als sehr beglückende Installation für die Menschen, mit denen ich arbeite. Dass die sagen können, aha, ich habe jetzt zwar eine Krise und ich bin nicht erst der Nachstärke, sondern ich kann in diesem Sein erleben, wozu ich in der Lage bin. Und es ist eine Haltung der Welt gegenüber. Und ich hatte ja zwischendurch das Wort Bottom-up-Kontrolle. Und mir liegt daran, dass wir alle immer wieder klar sagen können, je mehr Top-Down-Kontrolle es gibt, desto unfähiger wird der Einzelne. Und das halte ich medizinisch, gesellschaftlich, philosophisch, psychologisch für eine absolute Katastrophe. Ja, deswegen, noch ein Satz, entschuldige. Deswegen versuchen wir hier auch in unserer Organisation, in der Klinik zum Beispiel, das als zirkulären Prozess aufzubauen. Also auch nicht Top-Down-Kontrolle, wie in der Geschäftsführung beispielsweise. Sondern, dass wir unsere Beiträge machen zur Unterstützung der Selbstorganisation. Aber ständig in Rückkopplung, auch übrigens mit den Klienten hier, nicht nur mit dem Team sind, damit es ein gemeinsamer, wechselseitiger Lernprozess wird. Wie ihr vorhin sagtet, es ist nicht vorausberechenbar. Insofern ist auch das eigene Ich nie stabil. Das ist ein ständiger, fluktuierender Prozess, in dem man durch die Rückkopplung ständig bereichernd neu lernen kann, wenn man es zulässt. Und das ist genau das, was wir hier miteinander versuchen. Und deswegen, ich habe das jetzt eben noch gegriffen, weil ich das auch so liebe, auch noch mal so mehr so auch als eine Frage, gerade zu dir hin. Also ich erlebe das immer wieder so, wenn du von Fragilität redest, dann könnte man auch sagen, es geht auch darum, so eine Sicherheit, oft aus Sicherheit zu beziehen. Also eine Sicherheit darüber zu machen, dass ich maximale Kontrolle erlebe über alles das, was ich lebendig spüre. Und ich behaupte, dass diese hochsensibleren Wesen mehr Sicherheit aus Unsicherheit beziehen und das schon kennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass die sozusagen da schon viel mehr in dieser Dynamik des Lebens viel mehr zu Hause sind. Und meine Frage an dich, also wir haben das hier beobachtet, das immer wieder, weil wir, wie der Gunther sagt, die Beobachterhaltung so stärken, dass es eigentlich nicht darum geht, dass etwas so ist, sondern dass wenn ich einen kleinen Impuls reingebe, dann könnte es so rum werden. Also dass nicht an sich die Wirklichkeit so wäre, sondern dort, wo die Aufmerksamkeit hingeht, eigentlich die Wirklichkeit dynamisch entsteht, aus dem Prozess heraus. Wir erzeugen sie immer miteinander neue. Miteinander, genau. Und dass man sagt, wir können die Welt halt so angucken, die ganze Zeit so, dann haben wir eine Form von Stabilität. Aber antifragil wäre, wenn man halt immer mehr merkt, welche Impulse kann ich denn reingeben, dass ich die Dynamik des Lebens aufgreife und aus ihr heraus Sicherheit beziehe. Und das Verrückte ist, du musst genau diese Lebenshaltung üben. Und das geht mit ganz vielen kleinen Kleinigkeiten. Und der andere Aspekt für mich ist ein Gefühl für Zerbrechlichkeit, die stärkste Kraft, die ich entwickeln kann. Oder, wenn man es gar nicht als Zerbrechlichkeit nimmt, sondern als sozusagen ein feiner Raum, der halt immer wieder hin und her ist. Der sich bewegt, ja. Also wo man merkt, dass diese Ambivalenz, von der du, glaube ich, vorhin auch geredet hast, dieses Hin und Her, wenn ich das mit einer Beobachterhaltung ausstatte, dann wird es plötzlich nicht mehr zerbrechlich. Nein, dann ist die Ambivalenz als Kompetenz ständig in der Fluktuation zu sein. Aber da ist das wichtig, was du auch vorhin gesagt hast, finde ich, dazu, dazu muss man sich zur Dispositionsstelle, auch zum Beispiel wir jetzt in unserer Rolle, als sogenannte Professionelle, diese Subjekt-Objekt-Trennung, die man oft noch hat in der Medizin, die muss ein für alle Mal aufhören. Das ist eine Begegnung, wo sich wechselseitig dann Wesen in eine nicht voraussagbare, aber umso mehr bereichernde Begegnung reingeben. Und da müssen sich natürlich auch die Therapeuten beispielsweise bei uns hier genauso mit einbringen, auch in ihrer Bewegtheit, in ihrer Vielschichtigkeit, in ihrer Berührbarkeit, weil sonst bleibt es deklamiert, aber nicht gelebt. Also was ich meinen Patienten immer anbiete, und auch in den Kursen, die ich gebe, biete ich immer den Satz an, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe keine Strategie. Ich habe viele, viele Möglichkeiten. Und ich bin ganz sicher, dass wir die finden werden, die deine ist, dass wir die finden, die da ist. Und wenn dann jemand vor mir sitzt und sagt, ich war schon überall, und ich weiß gar nichts mehr, dann sage ich, ja, das kann so sein, und das klingt auch so, aber ich bin sicher, dass es diese Möglichkeit gibt. Also die einzige Sicherheit, die ich habe, ist, es gibt sie. Und die Bereitschaft, da zu sein. Und das ist auch mein Angebot, zu sagen, ich bleibe bei dir, auch wenn ich nichts weiß. Und wir halten gemeinsam diesen Zwischenraum. Und da würde ich gerne den Ball an dich und ich an die Kultur des Nichtwissens nochmal zurückgeben. Genau. Ich glaube, also ich gehe da jetzt nochmal so auch in mein Spüren. Und vielleicht auch in meinen Weg an der Stelle. Ich habe ja auch im Cordes gegründet, eigentlich aus dem Erleben der hochsensiblen Kinder, auch einschließlich meiner Kinder, die inzwischen erwachsen sind, aber in der Überzeugung, dass es einen Ort geben müsste, so ein Fokuspunkt, wo das Phänomen erstmal ankommen kann und wo wir eben diese Beobachterposition einnehmen können. Zwangsläufig in der Kultur des Nichtwissens. Aber in der steten Bereitschaft, immer und unter allen Umständen jedem Ratsuchenden in der Gewissheit seiner gesunden Instanz zu begegnen. Du bist zutiefst gesund, du bist zutiefst heil. Das ist wirklich so dieses Thema der Herzensbegegnung. Und in diesem gemeinsamen Kontaktraum, bin ich sicher, wird sich zeigen, für dich, für mich, in unserer Interaktion, was der nächste Schritt sein könnte. Was der nächste kleine Impuls sein könnte. Wie wir gemeinsam vielleicht anders auf diese Situation schauen könnten. Und das ist so, also das ist meine tiefste Freude an dieser Arbeit. Das war auch meine einzige Möglichkeit, sie zu tun. Weil ich von meiner Rolle her bin ich keine Therapeutin. Und das hat mir genützt an dieser Stelle, keine Therapeutin zu sein. Genau, das glaube ich. Sondern weil ich hatte und habe nur diese Möglichkeit, dieses Kontaktes. Und es ist aber, meine eine Klientin hat das so wunderbar gesagt. Sie kam zu mir mit dem Satz, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder bestätige ich, dass ich verrückt bin oder ich öffne den Raum der Möglichkeiten. Und wir haben gemeinsam diesen Raum der Möglichkeiten eröffnet und ihn immer mehr integriert. Und gemerkt, wie viele Zwischentöne, wie viele Vielleichts, wie viel, man könnte auch so drauf schauen, haben sich da gezeigt und geben ihr auch eine ganz andere Möglichkeit ihrer Berufsausübung. Also auch sie ist begleitend tätig und konnte aber in dieser Art und Weise auch gar nicht mehr begleitend tätig sein. Weil sie immer an diese harten Grenzen lief, die diesen Möglichkeitsraum, wie das ja auch Diagnosen beispielsweise tun, total einschränken. Genau. Und da reden wir in dieser systemischeren Welt oft vom Wirklichkeitsraum zum Möglichkeitsraum. Also von diesem Wissens, wir wissen, wie es geht und wir wissen als äußere Experten, was für dich da drüben gut ist, in eher in diesen Raum einzutauchen. Woher soll ich denn letzten Endes wissen, was für dich da drüben gut ist? Ich kann dir nur Möglichkeiten, der Gunther redet immer vom Realitätenkellnertum, also ich kann dir zwar Möglichkeiten anbieten, wo du als autonomes Wesen im gemeinsamen Zwischenraum herausfinden kannst, was für dich stimmig und weniger stimmig wäre. Und da ist der Körper der totale Resonanzraum. Der wird Rückmeldung geben, was in die Stimmigkeit geht. Und das ist ja eigentlich das... Deswegen würde ich das mit dem Nichtwissen auch noch ein bisschen ergänzen. Also ich sage den Leuten immer, sowohl in den therapeutischen Arbeiten als auch in Seminaren, ich bin grundlegend verunsichert und lasse mir das von niemandem wegtherapieren. Lebenslang nicht. Warum? Wenn wir auch die Hirnforschungsergebnisse nehmen, Autopoyese, Selbstorganisation erleben, wird von innen heraus immer autonom erzeugt, dann kann von außen niemals jemand wissen, was stimmig und passend ist für den anderen. Aber da bin ich Milton Eriksen sehr dankbar, von dem ich direkt noch lernen konnte. Der hat immer uns beigebracht, aber es gibt ein anderes Wissen. Es gibt ein intuitives Wissen, es gibt sozusagen ein ganzheitliches Wissen, wo sozusagen unwillkürliche, unbewusste, erst mal unbewusste, dann unwillkürliche Prozesse sich aber in so eine Art Wechselwirkung, auch wieder zirkulär, mit bewusst Willentlichem bringen. Und dann kommt es zu so einer Art Syntonie, zu irgendwo, wo es... Ja, man könnte das Stimmigkeit nennen. Und wenn das kommt, das ist das einzigartige innere Wissen. Das ist nicht objektiv, so in der Form, aber das ist subjektiv für dieses Wesen, die genau einzigartige Stimmigkeit, wie es in der Welt ist. Und das ist eigentlich auch ein Wissen. Insofern ist es eine Dialektik zwischen bewusstem Nichtwissen, aber ganzheitlichem schon Wissen, so in der Art. Oder Vertrauen. Also das eine ist Wissen und das andere ist ein sich verlassen. Ich verlasse mich darauf oder vertraue darauf, dass es da ist, dass es das gibt. Genau. Und dazu braucht man natürlich aber Rückmeldungen auch von außen. Wenn es ein Kind zum Beispiel, deswegen finde ich das so toll, wenn ihr da schon so angefangen habt, von vornherein immer wieder Rückmeldungen kriegt, ermutigende Rückmeldungen. Hey, vertraut dem nach innen und so. Und ah, das weicht jetzt ab von dem, was gerade enorm ist. Trotzdem ist das hier ganz wertvoll. Und dann gucken wir mal, wie wir da eine Abstimmung hinkriegen. Dann bräuchten die Leute gar nicht so Leute wie uns. Aber in unserer Kultur wird das anders entwertend oft so gemacht. Und da brauchen wir wieder diese Zwischenräume, die wieder eigentlich zu dem kommen, was von Anfang an da war, in gewisser Weise. Eine Ermutigung dazu. Da würde ich gerne drauf eingehen. Entschuldige. Ich hatte gerade nur so eine kleine Reminiszenz. Du hast so schön gesagt, Eriksen. Im Grunde sind wir ja alle als Pioniere unterwegs. In einem Setting. Jeder für sich. Aber jetzt irgendwie plötzlich zusammen. Das finde ich ganz spannend. Wir vernetzen uns ja auch gerade durch Kennenlernen. Und Eriksen war ja durch seine Biografie einfach auch auf einer besonderen Position. Und mit Napoleon zu leben und die Dinge zu tun, die er getan hat, das ist eben die Kraft, aus seiner Kinderlegung, aus seiner Zerbrechlichkeit eine Stärke zu machen. Und zu sagen, nee, da ist eine Kraft und es lässt mich etwas sehen, wo ich sonst vielleicht nicht hingeguckt hätte. Können wir ja die Gegenprobe nicht machen. Und da würde ich dann eben, nachdem du eins gesagt hast, gerne nochmal sehen, dass wir uns Gedanken machen, brauchen wir den Begriff? Ist der wirklich wichtig? Weil ich erinnere mich, brauchen wir den wirklich und wozu brauchen wir den? Und wenn wir ihn brauchen, wie brauchen wir ihn? Gerne, ja. Ich würde da gerne noch vorher einmal anknüpfen, gerade an diesem intuitiven Wissen und gerade auch an diesem, wir haben eigentlich in unserem Körper alle Parameter, die diese Rückmeldung geben können, wann wir mit diesem Wissen verbunden sind. Wir haben schon darüber gesprochen, ich liebe diesen Begriff. Er ist mir, ist ein Begriff geprägt von Rudolf Steiner, aber er ist mir in den Büchern von Henning Köhler begegnet, den ich einfach sehr verehre als Pädagoge. Und er hat diesen Begriff genannt, durchbehaglicht sein. Durchbehaglicht sein. Ich finde ihn himmlisch. Durchbehaglicht sein. Durchbehaglicht sein. Als Zustand. Als Zustand. Und ich fand, besser kann man das eigentlich nicht beschreiben. Und er gibt als Parameter, und das ist für viele Eltern ja so anbekannt, zu sagen, das Baby, was geboren wird, erstmal ist das nicht so toll im eigenen Körper. Man muss selber verdauen, man muss selber atmen, man muss selber lernen, sein Nervensystem zu regulieren. Man hat hoffentlich jemanden, der mich hält so und sagt so, komm, du hast Hunger. Und dieser Ganzkörpererfahrung eine Sicherheitserfahrung gibt. Und irgendwann so nach drei Monaten können Eltern beobachten, da liegt dieses Baby im Körbchen und spielt so mit den Händchen und ist so ganz bei sich. Und interessanterweise, wenn man dann da vorbeigeht, kann man daran partizipieren und merkt so, wie man als Mutter vielleicht selber ganz ruhig und zufrieden wird, wenn man dieses Kind beobachtet, was so in sich ist und seinen kleinen Körper erkundet. Und er hat diesen Begriff, oder Standart hat diesen Begriff verbunden mit der ersten Erfahrung von Lebenssinn. Weil wir später, wenn wir in Lebenssinnerfahrung gehen, wieder in diese Zustände von durchbehaglicht sein gehen. Und danach uns sehen. Und danach uns sehen. Dass dann erleben wir sozusagen Sinn. Dass diese Stimmigkeit als durchbehaglicht sein zu erleben. Alle Sinne erleben Sinn. Und ich finde diesen Begriff insofern auch sehr spannend, deswegen, weil da ist auch der Begriff Haag da drin. In der Ethnologie wird ja oft darüber dann so diskutiert, wie so diese Innen- und Außenwelt, also die Wildheit da draußen, die auch bedrohlich sein könnte, die dann sozusagen in der ersten Kultur, in der Agrikultur und so weiter, durch einen Haag, durch einen Zaun abgegrenzt worden ist. Aber wenn man nur auf die Grenze geht oder nur die Begrenzung ansieht, dann ist das wieder nicht mehr verbunden genug. Also da könnten wir dann auch wieder mit dem für uns recht wichtigen Stichwort bezogene Individuation reinbringen. Also diese Behaglichkeit, glaube ich, entsteht nur, weil Menschen sind halt Beziehungswesen, wenn ganz klar ist auch, ich bin in meinem Organismus, ich kann mich erkundet, da ist meine Grenze und ich bin verbunden. Genau. Und genau diese Balance, diese dialektische Balance bräuchte man da. Und da würde ich auch noch mal nachher auf diesen Hochsensibilitätsbegriffen. Aber das würde ich noch gerne, kurz deswegen hatte ich das hier mit dem Glas schon versucht zu erklären, also dieses auf dem Zaun sitzen. Die klassische Hexe, die auf der Hexe sitzt. Daher kommt dieser Begriff übrigens. Hager-Switzer auf dem Zaun sitzen. Genau. Und wenn man das so überlegt, auf dem Zaun sitzen und kombiniert mit der Beobachterposition und vorhin mit der Ambivalenz, dann könnte man sagen, der heilige Zwischenraum wäre der, wo ich halt immer wieder zwischen innen und außen auslote und das eben oft als so widersprüchlich erlebe. Und je mehr ich das aber aus einer Beobachterposition erst mal anschauen kann, können ganz andere Versöhnungsräume entstehen. Vorher wird das oft, was ich vorhin mit meinen beiden Polen meinte, als zu widersprüchlich erlebt. Und da, glaube ich, sind die hochsensiblen Wesen dann in ihrem Riesendilemma. Und ich nehme jetzt noch mal die Hexe auf. Das hatten wir noch nicht. Das finde ich sehr spannend. Wenn du dir die Hexe klar machst, als die auf der Hecke sitzt, das heißt, sie hat ein Bein in der Natur und ein Bein in der Stadt. Und sie ist Mittlerin. Dann bedeutet das aber auch, dass, wenn ich auf dieser Hexe sitze, ich draußen und drinnen gleichzeitig bin. Und ich bin, selbst wenn ich extern bin, ja Teil der Gruppe. Und diese Empfindung musst du üben. Weil die erste Definition von draußen ist, draußen und da ist es kalt. Und die Gruppe innen kann gar nicht existieren, wenn es das Außen nicht gibt. Das heißt, es ist eine viel grundsätzlichere Form noch. Man braucht diese Innen- und Außen-Unterscheidung. Ja, definitiv. Und das, was der Gunther vorhin sagte, sozusagen dieser Versuch, durch Diagnosen was zu objektivieren, da sitze ich draußen, da bin ich draußen. Und wenn ich nur drinnen bin, ist es genauso zu verbunden. Und deswegen dieser Begriff. Und da würde ich aber gerne noch mal zu dem Begriff kommen. Weil ich finde ihn einerseits im Moment in einer Übergangsphase durchaus sinnvoll und nützlich, weil es Menschen vielleicht eine ermutigende Möglichkeit gibt, sich zu ihren Fähigkeiten zu bekennen. Gleichzeitig könnte er auch wieder was Trennendes haben, zu sehr Trennendes. Und deswegen würde ich ihn lieber längerfristig ersetzen oder zumindest ergänzen in Richtung, dass es eigentlich, was ich so, wenn ich mit Menschen, die als hochsensibel definiert sind, erlebe, ist, dass sie eigentlich eine grundsätzliche Art des Menschlichseins in einer bereichernden Vielfalt mehr vielleicht als andere, die schon betäubt worden sind. Die kommen auch so auf die Welt, wäre meine Behauptung. Aber dann werden sie durch Sozialisationserfahrungen anästhesiert oder so was und so betäubt. Und Menschen, die diese Fähigkeiten dieser hochkomplexen Verarbeitungsmöglichkeiten noch bewahrt haben, die aber bei uns in der Zwischenzeit zur Minderheit geworden sind vielleicht, weiß ich nicht, aber jedenfalls, sich als Minderheit erleben, wenn die jetzt wieder die Ermutigung kriegen, hey, eigentlich seid ihr die Repräsentanten der Möglichkeiten von Menschlichsein überhaupt. Und das ist eigentlich etwas wie eine, seid ihr eine Bereicherung für die anderen und eine modellbildende Anregung für andere Leute. Und deswegen sollte man sich umso mehr mit erhobenem Haupt dazu bekennen. So, das fände ich. Und da müsste der Begriff ergänzt werden, damit er nicht zu viel das Trennende bringt, sondern wieder das Verbundene. Also mich stört eigentlich nur das Wort hoch, wenn ich ehrlich bin. Weil, wenn ich hochsensibel sage, dann ist es ja per se etwas, ich bin besser, also es impliziert das. Oder ich bin schlechter als du, weil ich zu viel von etwas habe. Und wir ringen ja, im Buchprozess haben wir ja Ewigkeiten um diesen Begriff gerungen. Und ich erinnere mich an eine Passage, die ich geschrieben habe, was eigentlich das Gegenteil von hochsensibel ist. Das genaue Gegenteil wäre tiefsensibel. Und dann müssten wir uns fragen, was das ist. Und normalsensibel ist definitiv nicht das Gegenteil. Wenn man sagen würde, systemisch sensibel, das klingt ein bisschen sperrig. Aber eigentlich wäre es die hohe Fähigkeit, für diese sozusagen sensiblen Wechselwirkungsräume im Raum unterwegs zu sein. Und das ist eigentlich, ich sage, manchmal sind die Aberritschenes in unserer Kultur. Aber viel mehr schon mit den Kognitionen auch unserer Welt natürlich unterwegs. Genau, also das, was ich gerne, und das wäre vielleicht auch da so ein ganz guter Abschluss für unser Gespräch, wo wir vielleicht ja noch einmal so gemeinsam draufschauen könnten, wie wir da übereinstimmen müssen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Für mich ist genau das, was du jetzt zeigst, also diese Fähigkeit, vernetzt wahrzunehmen, so viele Impulse vernetzt wahrzunehmen und ein Navigationssystem dafür zu entwickeln, um damit umzugehen. Das ist aus meiner Sicht eine Zukunftskompetenz, die wir brauchen angesichts der Komplexität unserer Zeit. Weil wir diese Elastizität entwickeln müssen, insgesamt damit umzugehen. Und wir brauchen unser ganzes System dafür. Wir können das nicht auf den Kopf reduzieren. Wir brauchen unser ganzes System dafür. Und auch den Mut, mit diesem ganzen System wahrzunehmen. Und deswegen, wenn ich dir das noch mal so zuspielen darf, es darf nie eine Diagnose geben, die Hochsensibilität heißt. Und da sind wir ganz nah dran in der Fachwelt, das zu installieren. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Und da wollt ihr weniger einen Beitrag zu leisten, auch mit eurem Buch? Unser Anliegen war genau das, zu verhindern. Zu sagen, nein, keine Diagnose, Kompetenz. Und das, was du meintest, das ist das, was ich mit diesem Modell meine. Dass eigentlich so, hey, in unserer Welt mit dieser wahnsinnigen Komplexität, die wir da haben, da brauchen wir genau diese Fähigkeiten von euch. Und da könntet ihr einen wunderbaren, bereichernden Beitrag leisten. Und da sehe ich auch die Chancen unserer Zusammenarbeit. Hier in eurem Bereich. Und für die Leute, die noch einen seiner schützenden, unterstützenden Ermutigungsraum brauchen, in dem dieser Kompetenzaspekt noch mal richtig lebendig spürbar wird, auch in der Begegnung, den bieten wir dann halt so für im stationären Rahmen. Aber das als Wechselspiel würde ich mir erhoffen, dass wir da eine modellbildende Möglichkeit haben. Und wenn ich da deinen Begriff aufgreifen würde, der ist mir vorhin schon gekommen, so auch abrundend. Also der Gunther redet schon seit einer ganzen Weile weniger von Wahrnehmung, sondern von Wahrgebung. Also weil nach Hirnforschungsergebnissen wir immer nicht mehr von Wahrnehmung reden können, sondern eigentlich, dass wir wahrgeben. Und dass die eigentlich die hochsensiblen Wesen, wenn man so sagen, sie wären sensibel für Wahrgebungsprozesse aus ihrem vernetzten Raum, weil sie alles vernetzt erleben und in Vernetzung handeln, dann ist es die Führungskompetenz schlechthin. Und wo wir sagen könnten, die digitale Welt, die kann genau diese Fähigkeiten nicht ersetzen. Sie ist nur eine Unterstützung dafür, weil sie uns immerhin Vernetzung auch ermöglicht. Also Internet ist ein riesen Vernetzungskörper für die ganze Welt. Aber wir sollten als menschliche Wesen sozusagen unsere Steuerungs- und Wahrgebungskompetenz der Welt gegenüber eindeutig weiterentwickeln. Da sind die für mich einfach die Vorläufer. Vernetze mal uns. Genau. Also das, finde ich, ist ein perfektes Schlusswort. Dem ist jetzt eigentlich im Moment gar nichts hinzuzufügen. Und ich fand das total schön. Vielen Dank. Ich auch. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass ihr solche Vorreiter seid, da genau so hinzuschauen, wie ihr schaut. Toll. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020